Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie zum dritten Teil unserer Reihe Building Information Modeling begrüßen zu dürfen. In diesem dritten Teil möchten wir uns das Arbeiten mit IFC etwas genauer anschauen. Der Herr Hack hat ja einen Auftrag unterschrieben, in dem er Building Information Modeling leisten soll und seine technische Zeichnerin, die Frau Hansen, fragt sich jetzt natürlich, wie arbeite ich denn mit IFC, mit meinem Haustechnikprogramm Plan Calnova. Ein koordinierter Arbeitsablauf mit IFC sieht in der Regel wie folgt aus. Die einzelnen Gewerke, Architektur, Statik und Haustechnik, erstellen in ihrer eigenen Software ein entsprechendes Modell. Die Haustechnik würde dann klassischerweise sich vom Architekten eine IFC geben lassen, würde die unterlegen und auf dieser Basis arbeiten. Die Haustechnik würde dann auch an den Architekten diese IFC zurückgeben und auch an den Statiker, dass beide Seiten die Chance haben, sich dieses Teilmodell der Haustechnik hinter ihr Modell zu legen, um während der Arbeit schon eine gewisse Koordinierungsleistung führen zu können. Im ersten Teil hatten wir erläutert, dass BIM vor allen Dingen eine Arbeitsmethode ist und die wird dann in dieser zentraleren Position deutlich. Alle Teilgewerke geben ihr IFC-Modell in eine zentrale Datenablage und hier erfolgt dann eine Koordination. Hier kommt eine neue Begrifflichkeit. Diese Koordination sollte in der Regel ein BIM-Manager übernehmen, also eine klar definierte Person oder Personengruppe, die wirklich diese Koordinierungsarbeit leistet. Und dieser BIM-Manager gibt dann auch eine qualifizierte Rückmeldung an die einzelnen Gewerke, zum Beispiel an die Haustechnik, um Änderungen in dem jeweiligen Teilmodell vorzunehmen. Und dann wird wieder eine IFC in die Mitte gelegt, wenn man so möchte, und wird wieder koordiniert. Wenn man sich das jetzt aus der Sicht der PlanCalNova als Haustechnik-Planungsprogramm anschaut, dann sieht es wie folgt aus. In der PlanCalNova erstelle ich das Haustechnik-Modell, gebe dieses Teilmodell in die Koordination. Es erfolgen Rückmeldungen, die dann an den Architekten, zum Teil auch direkt an den Haustechnik-Planer geführt werden. Der Haustechnik-Planer hinterlegt sich eine neue IFC, die er vom Architekten erhält und kann dann wieder die Planung aufnehmen und entsprechende Berücksichtigung dieser geänderten Architektur vornehmen. Das ist so dieser Koordinator-Arbeitsablauf mit IFC. Der Nutzen von der IFC-Architektur ergibt sich dann zum einen aus dem 3D-Modell, wo ich mich besser orientieren kann, was ich dann auch für eine Kollisionsprüfung nutzen kann. Zum anderen ergibt sich aber auch die Möglichkeit der thermischen Berechnung aus dem Modell heraus. Es wird uns in der Regel vom Architekten eine Gebäudestruktur mit Geschossen angeliefert und entsprechende IFC-Objekte, die eindeutig den Klassen Wand, Fenster, Dach, Tür, Decke zugeordnet ist. Und ich kann dann dieses Modell des Architektens für eine thermische Berechnung heranziehen. Mit der Plan-Kalnova kann ich dann auch auf Grundlage des Architektens oder der Architektur, die ich erhalte, entsprechende Durchbrüche generieren lassen. Nova erkennt dann also die Kollision zwischen dem Lüftungskanal und der Wand vom Architekten schlägt mir einen Wanddurchbruch vor und dieser wird dann auch generiert. Auch dieser Durchbruch kann dann wieder über IFC-C ausgetauscht werden mit dem Architekten. Ziel ist es hierbei natürlich, dass man aus dem echten 3D-Modell keine Kollisionen mehr hat, eine transparentere Planung und so einfach Zeit und Kosten spart. Ja, das war unser dritter Teil und wir würden uns freuen, Sie beim vierten Teil ebenfalls begrüßen zu dürfen. Dank. Vielen Dank.